Einer Frau ist im Flugzeug der Kopfhörer in Brand geraten. Sie kam aber mit Rauchspuren an Hals und Gesicht sowie Brandblasen an einer Hand davon. Die Frau, eine Australierin, war auf dem Heimflug vom chinesischen Peking nach Melbourne. Sie schilderte, sie habe beim Musikhören mit dem batteriebetriebenen Kopfhörer einen Knall gehört und dann im Gesicht Flammen gespürt. Sie warf die Kopfhörer, Fabrikat unbekannt, auf den Boden. Flugbegleiter gossen Wasser darüber. Die australische Verkehrssicherheitsbehörde teilte mit, das Risiko für solche Zwischenfälle steige, je mehr batteriebetriebene Geräte an Bord benutzt würden.